Die hierzu erwerbende sanierte Dreizimmerwohnung befindet sich in Potsdam. Das Objekt wurde 1850 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 99 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 555.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Wohnung wird etwas mit der Boden gesprungen. Der Kauf war die Wohnung. Die Wohnung wird einnimmig. Die Wohnung wird einnimmig. Die Wohnung wird einnimmig.